Ho 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 Willkommen mal wieder zu einem neuen Ankündigungsvideo bzw. Informationsvideo auf unserem YouTube-Kanal. Ihr wisst ja, am kommenden Freitag findet unser Mega-Konvoi statt, sprich der 30. Dezember 2016 ab 20 Uhr. Ich hoffe, ihr habt es euch im Kalender eingetragen. Ja, diesbezüglich haben wir ab sofort ein Mega-Gewinnspiel am Laufen, an dem ihr ordentlich absahnen könnt. Das bedeutet, ihr könnt dreimal das Viefla-France-DLC für den ETS 2 gewinnen, einmal der Fernbus-Simulator, einmal Notruf 1 und 2, die Feuerwehr-Simulation. Einmal OMSI 2 Mallorca, das ist ja frisch erschienen. Einmal OMSI 2 AG300 Doppelgelenkbus, auch gar nicht mal so alt. Zweimal Police Tactics Imperium. Dreimal Industry Manager Future Technologies. Und zum Schluss zweimal Age of Farming befindet sich aktuell noch im Early Access und haben wir hier auch auf unserem YouTube-Kanal gezeigt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Astragon, Aerosoft und an den Entwickler von Age of Farming, die uns diese Keys hier bereitgestellt haben. Wir haben das Mega-Gewinnspiel echt simpel gestaltet. Ihr müsst einmal einen Tweet teilen, oder ihr könnt, man muss sagen, ihr könnt, weil ihr könnt verschiedene Wege auswählen. Je mehr Wege ihr wählt, desto höher ist eure Gewinnchance. Das bedeutet, ihr könnt einmal einen Tweet teilen, dann einmal eine Frage beantworten. Das verrate ich euch nicht, was das ist. Dann einmal den YouTube-Kanal von NortonTVplay abonnieren und dann einmal unseren YouTube-Kanal abonnieren. Wir haben das so gemacht, dass ihr jeweils vier Punkte für den Tweet bekommt und die Frage, wenn ihr die Frage beantwortet. Und dann nochmal jeweils zwei Punkte für die zwei Abos. Ansonsten war es das eigentlich auch schon. Ihr merkt schon recht simpel, wir lassen euch da die freie Auswahl, was ihr machen könnt. Und wie gesagt, ihr müsst das nicht machen, ihr könnt es machen, ihr könnt euch auswählen, was ihr wollt. Wenn ihr natürlich alles macht, ist eure Gewinnspiel viel höher. Und das ist echt Wahnsinn, wie viele einfach schon an diesem Gewinnspiel teilgenommen haben. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr uns so unterstützt und dass ihr das Event einfach nur feiert. Und ich meine, jetzt zu Weihnachten, erstmal an dieser Stelle frohe Weihnachten, ist natürlich auch schön, nochmal so ein kleines Geschenk von uns an euch weiterzugeben. Das ist natürlich echt super. Wobei man muss auch sagen, das Ganze wird natürlich unterstützt von den Publishern bzw. Entwicklern. Also, ich würde sagen, das war es an dieser Stelle. Wir sehen uns dann Freitag wieder. Wenn nicht sogar noch ein Informationsvideo kommt, ein Erinnerungsvideo. Wer weiß. Leute, ihr seht den Encounter da oben, noch knappe 5 Tage und ich freue mich schon riesig. Die Vorbereitungen gehen so langsam zu Ende, aber die Anmeldungen kommen weiter rein. Das ist echt sowas von krass. Wir sind schon über 300 Anmeldungen und es kommen einfach weiterhin mehr rein. Es ist der Wahnsinn. Gut, das war es an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch schöne, erholsame, geschenknisreiche, sage ich jetzt mal, Weihnachtstage. Und sage einfach mal, bis Freitag und tschüss. Und sage einfach mal, bis Freitag und tschüss.